Nein, nix. Oh, oh, Waffenladen. Bitte, eine Elfin. Was hat sie genommen? Äh, Pilze. Boah, 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 was für ein... Boah, traumhafter Tag, boah, boah, überall Sonne. Boah, boah, okay, gut. Oh, bitte, 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 Bogen, hä? Was hat er genommen? Äh, 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 was gibt's noch? Ist, ja, besoffen. Keine Ahnung. Äh, sei, sei, äh, Abenteurer. Wie, was, was, ich verkaufe nur Bogen an... An Bogenschützen, genau. Okay, aber ich habe keinen Bogen. Du, äh, du Netter, wollte ich sagen. Äh, du Hundezüchter. Genau, das wollte ich sagen. Uh, Hundezüchter. Klar, klar. Hier irgendwas geheim? Nein. Und Shop und... Shop. Toll Shop, top, shop, oh Gott. Was hat sie genommen? Äh, zu viel Koffein. Ah, willkommen! Okay, zum Glück nicht so viel. Heilige Flasche, unbedingt, alle der Welt. Äh, dunkle Flaschen brauche ich keine, danke. Talisman, weißer Nebel, heilige Rune, Mystik Rune. Nein, warum gibt es nicht mehr? Oh Mann, ihr leckt mich doch am Arsch. Danke, ja, was hast du genommen? Du hast auch Kaffee getrunken. Wir haben exzellente Medizin im Angebot. Okay, hab da. Ja, brauche ich nicht. Ja, brauche ich vielleicht. Mixbonbon will ich nicht. Heilflasche, definitiv. Lebensflasche, definitiv. Flammenflasche, definitiv. So, ja, auch. Ist mir jetzt... Ich kaufe alles. Ich hab den ganzen Laden leer gekauft. Ihr habt nichts mehr im Sortiment. Hä, braucht ihr noch ein Plastiktüter für? War nur ein Witz. Ha, 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 ha. Ha, ha, war ein Witz, verstehst du? Ha, 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 ha. Wir Elfen verwenden natürlich nur 100% recycelbares Papier. Uuuuuhuua. Okay. Lebenserwartung der Elfen. Verglichen mit der eines Menschen ist die Lebenserwartung der Elfen sehr lang. Das liegt nicht nur an ihrem gesundheitsbewussten Lebensstil, sondern auch in ihren Genen. Jede Spezies schreitet mit jeder Generation ein Stück in ihrer Evolution voran. Elfen entwickeln sich aber langsamer weiter als andere Lebewesen. Wahrscheinlich liegt das daran, dass kurz vor dem Ende ihres Entwicklungskreislaufes stehen, also beinahe so perfekt wie möglich sind. Aha. Heilkräuter, Bohnenkraut, Lavendel, Eisenkraut und Salbei sind die häufigsten Heilkräuter. Die Heilkraft der einzelnen Kräuter kann durch eine Runenflasche gesteigert werden. Ich habe es euch gesagt, Leute. Ja, ja. Okay. Äh, dieses Flötenspiel macht mich aggressiv. Flöten, Flöten sind nicht gut für das Ohr. Nein. Diese Tür ist geschlossen. Das ist bestimmt ein Lagerraum oder so. Na dann, von hinten. Hehe. Wenn es von vorne nicht reingeht, weil sie Jungfrau ist, nimmt man den Hintereingang. Egal. Oh mein Gott, was rede ich? Entschuldigung. Jetzt versäcke ich mich. Achso, das war eine andere Droge. Okay. Äh, was hat er nochmal genau? Crack, oder? Ich hab dich! Boah, ich hab dich! Ich hab dich! Wie hast... Achso, sie, äh, sie hat Baldry angenommen. Wie hast du mich denn hier gefunden? Ich bin dran. Lass mich in Ruhe. Okay. Ist eh eigenartig, dass Elfen irgendwie alle mit uns reden, obwohl wir Menschen sind, oder? Was hat er genommen? Äh, was gibt's denn noch für Drogen, die man so machen könnte? Gekifft? Uh, mein Sohn wohnt in Venezia. Oh, ich mach mir... Nee, das kann ich nicht. Ich hab noch nie gekifft. Ja, äh, er sagt ganz normal. Hallo, mein Sohn wohnt in Venezia. Ich mache mir solche Sorgen um ihn. Ja, gut. Mit einem kleinen, kleiner schweizerischen Akzent lag da drunter. Gemüse laden. Sie hat zu viel Gemüse gefressen. Wir haben hier viel natürliche Nahrung. So. Kamen, Bär. Bla. Bla, 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 bla. Rennehaun, sag ich Mama. Sag mal, hat der Rombard mir noch irgendetwas anderes... Ach ja. Außer, dass ich da hinkommen soll. Hä? Oh, wir sind auf der Suche nach Heimdall. Dem heiligen Ort der Elfen, weißt du? Ja, ja. Der Eingang befindet sich an einem großen, äh, mit Runen beschrifteten Felsen. Wenn du verstehst, was ich meine. Auf meinem Schlipper sind Runen drauf. Und da drin ist der Felsen. Ha, 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 ha. Ähm, und wofür ist dieser Felsen gut? Na ja, das werde ich euch da zeigen, Schnuckelchen. Ein kleines Sumsebienchen, du. Und wenn wir der Fährte der Buschbabys folgen, die sind alle nicht rasiert, deswegen haben die so einen Busch, sollten wir eigentlich keine Mühe haben, Heimdall zu finden. Ja, jawohl. Rombard. Der ist schwul, eindeutig. Für mich ist der schwul, so. Schlusspunkt aus Ende. Der ist schwul. Ähm, gut. Verdammte Axt. Warum habe ich hier jetzt nichts gefunden, was mich vor Steinern schützt? Ah, danke. Ah, wir sollten den Buschbabys folgen. Okay, gut. Zeit, speichern. Gut, egal. Ein Buschbaby. Geht's nach rechts? Nein. Gut. Buschbaby geht nach links. Also gehe ich dann auch gleich nach links. Ist in Ordnung. Heilige Flasche. Heil. Heil. Äh? Hä? Achso, ja. Ah, ich und... Hm? Hä? Achso, Quatsch. So rum. Tjum. Ja, wir gehen nach links. Ist doch okay, kleines Buschbuschbabybaby. Du Arschbuschbaby hast mich verarscht. Buscharschbabyarsch. Och, Manu. Äh. Bitte kein Exer. Bitte kein Exer. Bitte kein Exer. Lilly und Geäst. Okay, Klaas. Maxwell Smart auf den hinter dir. Hinter dich. Hinter dir. Ah, oder doch? Ach, mir doch egal. Ich sag Deutsch, wie ich Deutsch sagen mag. Also. Lasst mich in Ruhe. Und haltet eure Maul. So. Phoenix Attack. Boom. Phoenix Attack. Rupf. Gut. Ja, ja. Die Explosion war jetzt ziemlich krass am Ende. Wusch. Jetzt aber nach links. Also hoffe ich. Ey, alter Busch. Entschuldigung. Verdammt. Was kommt das jetzt von dem Schwulsein, dass ich so das hoch... Dass die Stimme jetzt so kacke war? Äh. Ah. Äh. Geäst nochmal. Mach's mal wieder auf den hinter dir. Mir egal. Haltet eure Maul, wenn ihr nicht Tokio Hotel mögt. So. Bumms, 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 bumms. Wenig, 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 wenig. Schade. Hat's nix gebracht. Hat's. Ach. Ey. Ich kaufe mir ein Deutschwörterbuch und lerne nochmal ein bisschen Deutsch, glaube ich, bevor ich irgendwie probiere, was zu sprechen. Oh, thank you. Boom. Na, okay, okay, okay. Lebensflasche und Apfel. Schrott-Items, die ich nie in meinem ganzen Leben, glaube ich, gebrauchen werde. Außer die Lebensflasche. Okay, Buschbe... Und eine Kiste. Lebensflasche. Aber ich kann nicht mehr... Äh. Hier steht auch so toll. Äh. Hallo? Gut. Was zum Geier? Gut. Ich meine, ich bin jetzt nur froh, dass gerade keine Exer kommen. Weil ich könnte auch mehr Pech haben, sag ich mal, ne? Mehr Pech. Also viel mehr Pech. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Und noch der Final Move. Wow. Ja, ja, Apfel, Apfel. Lecker, lecker Apfel. Ähm. Da ist nochmal ein Buschbaby. Äh, okay, dann nochmal hier lang. Ich weiß es nicht. Gut, ne Truhe. Bodenkraut. Oh, ne blaue Truhe. Armreif? Bäh? Bäh? Das klingt wie ein total nutzloses Item. Armreif. Halbiert die Zeit der Bewusstlosigkeit. Brauche ich erstmal nicht. Definitiv nicht. Nein! Und ein Drake? Was ist das denn? Was soll denn das? Nein. Gut. Aber immerhin sind sie... Nein! Nicht hinter mir, wollte ich sagen. Okay. Oh nein, 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 nein. Wie unfair. Nein, jetzt... Oh Gott, Klaas! Was zum Ficken? Ah, ich hasse es. Heilflasche auffangen. Das ist ein Kack. Nein, du greifst mal hier bitte nicht, meine... Kannst du mal bitte den anderen wieder anwählen? Okay, jetzt ist auch egal. Jetzt seid ihr... Der Drake ist sofort tot? Hä? Okay, die Exos sind stärker als der Drake. Aha. Mhm. Okay. Hä? Was? Okay, meine heilige Flasche ist eh wieder weg. Oh Gott, das ist... Ich habe gesagt, dieses Spiel ist nicht einfach. Okay. Dunkle Flasche. Boah. Wo? Es sind keine Bush-Babys da. Ich gehe nach oben. Verdammt. Ohne Bush-Babys bin ich aufgebusch... Missen, Bush. Ohne George Bush wäre ich allerdings nicht aufgeschmissen. Hm, komisch. Gibt es da einen Zusammenhang? Hat dieses Spiel sich dabei etwas gedacht? Weil George W. Bush ist ja nicht der erste Bush-Präsident. Hm. Interessant, interessant. Und mal wieder die Wand kaputt gemacht. Mit dem Vogel. Äh, links? Okay, Bush-Baby. Folge dem Bush-Baby. Nee. Ich gehe also nach oben. In Ordnung. Ach, verdammte Axe. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Gut, danke. Ich bin echt immer... Es fängt an und ich habe Angst, dass irgendwie ein Gegner kommt. Oder ein Gegner, dass die Drak... Äh, die Exers kommen. Weil Exer ist ein Kack-Arsch-Gegner. Ich möchte nie wieder gegen sie kämpfen. In meinem ganzen Leben. Nicht, nein, um Himmels Willen. Ja, probier's doch. Okay, vor denen habe ich jetzt absolut keine Angst mehr. Alle Gegner hier sind leicht. Bis auf die... Exers. Exers. Toll, Dead End. Ah. Dead End. Ey. Okay, hier oben. Gut. Okay, Bush-Baby ist also richtig... Ich habe keine Ahnung. Oh Gott. Leck mich, leck mich. Genau. Wunderbar, genau so wollte ich es aber. Also, dass er, ähm, paralysiert ist am Anfang. Oder gestunnt. Jetzt hält er doch wieder 8 Milliarden Punkte aus. Punkte vor allen Dingen. Ja, ja. Okay. Ja, ja, ja. Das haben wir geschafft. Ach, wie herrlich. Ach, wie göttlich. Oh, gut. Ich kann ein wenig aufatmen, weil dieser Kampf ist auch wieder... Oh, ein Felsen. Ist er das? Nee. Ich kann ein wenig aufhören.